So liebe Leute, Hunted ist heute das nächste Ziel. Das ist auf jeden Fall das einzige Rennen, was da diese Folge gesehen hat. Weil ich denke mal die große Folge mit 70 Kilometern, das machen wir dann irgendwann. Das werden wir uns dann morgen auf jeden Fall an. Voraussichtlich morgen werden wir das Ding hier schaffen und wir gehen mal rein auf jeden Fall ins Rennen. Und selbst wenn wir das das eine Mal jetzt schaffen beim ersten Versuch, dann gibt es auf jeden Fall eine Kurzfolge werden und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall das große Finale angehen. Weil ich glaube die 70 Kilometer plus das Ding möchte ich nicht alles in eine Folge packen. Na ja, gehen wir mal rein, Hunted auf jeden Fall. Damit geht's rein in die 4Speed. Ins quasi vorletzte Folge. So, okay, es wird wieder ein tolles Rennen. Wir haben drei Nagebänder, wir haben drei Störsender, wir haben ein Turbo, wir haben drei EMP und ich hoffe nicht, dass wir so viel Ärger haben wie beim letzten Mal. Wie gesagt, das eine Mal habe ich mir einfach zu spät darauf reagiert, habe ich den links zu spät gezündete Turbo beim ersten Mal, am zweiten Mal haben wir es dann eben auf Platz drei geschafft, weil wir noch einen mitbekommen von den Cops. Aber das ist mir dann in dem Moment auch scheißegal. Außer wir holen uns jetzt den Sieg hier und es ist im Luftraum, das ist so spät gesetzt. Wir brauchen keinen Moment vor Ort, um die Ausgabe zu lesen. Ich versuche an Sie ranzukommen. Das ist mir scheißegal, gehen wir in den Satz, das ist tot. In dem Fall hat der Vyron schon mal einen mitgegriffen dahinten. Hm, und ja, ich weiß nicht, dass ich ihn so gut auf dem Morgen muss vor allem. Jetzt werde ich auch nicht. Warte mal, wir brauchen noch mal ins Finale rein, ne? Ich weiß nicht, dass wir alle ausziehen. Oh, da hat er auf jeden Fall Alten mitgenommen. Das war wieder ein Bugatti Vyron. Aber ich weiß nicht, ob es der Kollege von ihm war vorher. Und einen Turbo, den nehme ich mir natürlich auch kurz vor dem Ziel. Halten Sie an, oder wir setzen hier weiter hin. Also, bekannt. Wackelschatz, komm. Wenn der mir nicht hier noch mitgegeben hätte den Schlag, dann wäre es... Warte Kontakt, mein Sorden ist beschädigt. Verdächtige haben mich gerannt. Ja, der ist gerade in den Augen. Und zack, komm her. Ach, warum mischt ihr euch eigentlich immer alle mit einem Menschen hin? Wenn ich hier in den Kopf gehen will. Zentrale, wir benötigen eine Stärkensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusamm. Behaltet eure Rute bei. Okay, Zentrale ist nicht frei. Start. Scheiße, wir haben das nicht gesehen. Ich dachte, die Lücke ist offen. Da sind die schon alle reingekommen. Aber ich nehme mal, steht da noch einer rum. Verkehrsunfall, wiederhole. Verkehrsunfall. Und das, wenn man jetzt so Zweiter oder Dritter werden will, das Wichtigste ist, dass die Aufgabe schon für die Aufgabe gelesen hat. Abgeworfen, nachgeworfen, nachgeworfen. Doch, da hat es was getroffen. Nachgeworfen, 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 nachgeworfen. Ein Kopf, glaube ich, ganz wichtig, die sind ja, für die es gelesen sind. So, der nimmt mir mal kurz aus dem Rennen raus, also zumindest vorerst. Der kriegt ja noch einen mit. So, da steht noch ein Gampard. Also das kann ich auch, was wir auch haben. Scheiße. Ich dachte, die kriegst du noch mit rein? ... ... Vipi, Schlag, jawohl! Das ist das Thema mit den Kollegen hier erledigt. die hälfte des lebens wenn sie jetzt nicht was haben wir hier noch stehen noch gegangen Nein, 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 nein. Klageband, Einsatz bereit. Nein, das war zu eng. Ich habe hier wieder geradeaus gefordert. Das habe ich mir gerade... Ja. Verdächtiger sitzt nicht zu sehr. Melde eigene Städen. So, den Einhambten nehme ich mal aus dem Rennen. Wir haben sechs Sekunden Rüfe auf den Nerven, aber das ist mir auch immer noch ein einzig Schatz egal. Allerdings bin ich froh, dass ich das Thema irgendwann abkriege. Wir haben zweieinhalb Kilometer noch. Vielleicht haben wir sogar mal ein erstes Mal. So, 1,5 Kilometer noch, den bleibe ich jetzt mal ausziehe. Wir haben es sogar beim ersten Mal direkt geschafft und das sogar als erster. Den habe ich mit dem Turmenloch kanzler an den Jungs. Bam, Junge, yes! 15.000 kriegen wir. Dafür wird es wahrscheinlich, wenn wir ein bisschen Dusel haben, sogar noch ein neues Level. Kriegen wir es hin? 405 brauchen wir. Ne, kriegen wir nicht mehr hin. Schade, das sind wir noch 8.000. Aber das ist mir auch immer ein scheißegal. Liebe Leute, das habe ich gesagt, dass es in der Kurzfolge sein wird. Boah, ich bin so froh, dass dieses Thema alledig ist und vor allem die Highway Battle im zweiten Mal haben wir es dann am Ende geschafft. Jo, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann geht es ins große, große Finale. Hier bei Nikforce Beat Hot Pussy Remastered, weil dann gibt es mich in der Sequest Tour. Dann haben wir die 70 Kilometer durch, weil das Ding startet quasi einmal hier unten im Süden. Ne, Moment, Moment, das ist richtig sicher. Ne, genau, ich startet oben im Norden, Entschuldigung. Ich gehe dann einmal rundherum im Süden. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich hoffe, dass wir nun mal ein Ziel kommen müssen. Das war nicht unbedingt, dass wir den gewinnen müssen, weil dann wird es nämlich verdammt hart. Und schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir auf jeden Fall das Finale Rennen. Und dann schauen wir uns das ganze Ding einfach mal an. Bis dahin und tschüss.